Der Inklusionsgedanke ist natürlich nicht nur auf Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen gerichtet. Wir wollen ja Spielplätze für alle, für große, für kleine, für alte, für junge, für dicke, für dünne, für ganz doll bewegliche und eben auch Kinder, die beeinträchtigt sind durch irgendeine Art und Weise, körperlich oder können nicht sehen. Und so müssen die Spielplätze einfach in Zukunft mehr gedacht werden. Und auf diesem Spielplatz ist uns das ganz gut gelungen, weil wir eben auch den Belag mal ein bisschen angepasst haben, nicht nur den Sand haben als Fallschutz, sondern eben auch mal dieses Teppichvlies, wo man eben auch drüber rollen kann. Musik 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 Musik